Mit uns können Sie die Finanzierungsmöglichkeiten großer Investoren auch bei ihrer privaten Immobilienfinanzierung nutzen. Ich bin Collier Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung und heute habe ich uns mitgebracht eine sogenannte Konsortialfinanzierung. Große Investoren nutzen, wenn sie ein großes Projekt finanzieren. Verschiedene Banken, die ein einziges Projekt gemeinsam finanzieren oder innerhalb eines Projekts verschiedene Teile finanzieren. Dadurch kann man Vorteile, die die einzelnen Kreditinstitute in ihren Angeboten haben, kombinieren. Und genau das bieten wir Ihnen auch an für Ihre private Immobilienfinanzierung. Weil wir auf über 400 Banken Zugriff haben, müssen wir aber nicht immer nur eine dieser Banken für Sie auswählen, sondern wir können hier auch entsprechende Kombinationen anbieten. Und wie wir das konkret gemacht haben, zeige ich Ihnen hier an dem Beispiel aus dieser Woche. Hier haben wir finanziert 200.000 Euro nachrangig auf schon eine bestehende Immobilie. Das ist der Darlehensnehmer und zwar zu einer Kondition von 2,65 für zehn Jahre festgebunden. Die bestehenden Immobilie, da wohnen aktuell die Darlehensnehmer drin und die wollen Sie jetzt in Zukunft vermieten. Und diese 200.000 Euro, die haben wir finanziert bei einer Direktbank und setzen Sie jetzt hier auf ein Darlehen der Regionalbank ein. Von 550.000 Euro, die gesamte Investition haben wir hier finanziert, über 750.000 Euro Baukosten, Grundstück und die kompletten Nebenkosten sind entsprechend so finanziert. Und hier sehen wir sogar über eine Zinssicherheit von 15 Jahren zum Zinssatz von 2,76 haben wir somit das Beste aus den zwei Welten. Wir haben die Direktbank, da haben wir auf schon bestehendes Vermögen Kapital beschafft und haben das eingesetzt bei einer Regionalbank, die dann hier die besten Konditionen für die 15-jährige Zinsbindung hatte für den Neubau eines neuen Hauses.